Musik 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 Oh, so was liegt hier. So, weil die Falten weggeleuchtet. Ja. Oben links, bitte, Bär. Ja, oben links, da kommen die grauen Haare. Wir machen mehr rein. Ja, da man die grauen Silberstreifen sieht. Der Silberfuchs, alter Showhase, auch genannte Olegi. Der Showregner. Die sind hier mitten im Soundcheck. Jetzt ist es eigentlich. Wir müssen weiterfassen. Ja, das gehört. Und jetzt, hauen Sie in die Tasten. Gehen Sie auf YouTube, abonnieren Sie, liken Sie, aber vor allem, kommentieren Sie. Wenn jetzt gleich der Mann die Bühne betritt, weswegen alle heute Abend hier sind. Ich wünsche viel Spaß mit Rolli D., meine Damen und Herren. Hallo. Hallo. Guten Abend. Ja. Da habt ihr lange drauf gewartet. Lass ich mal wieder ans Mikrofon gehen. Ich hätte es auch selbst gedacht, dass ich mal ans Mikrofon gehe. Normalerweise bin ich ja hinter der Kamera, jetzt mal wieder vor der Kamera. Ich finde es einfach klasse. Ich hoffe, dass ihr alle dabei seid heute Abend. Wir machen ein bisschen Querbell-Musik. Es wird nicht traurig sein, es wird auch nicht langweilig werden. Ich hoffe, sie versicht. Wir sind hier unter schönen, warmen, kuscheligen. Ihr seid zu Hause im Wohnzimmer. Ihr räumt den Tisch weg. Hol die Oma vom Stuhl. Und seid dabei. Wir machen Party. Und lasst euch überwaschen. Tja, mit Philly Sound fiel ja damals alles an, als ich in dem Holzwon kam. Ich war jung, brauchte erst Geld. Bis es gehört, am Anfang gleich ein bisschen zu wach werden. Und ihr kennt ja alle die Wengabäuser. We like a party. Da seht ihr mal, wie es bei uns abgeht hier. Da tanzt sogar die Technik. Und wir haben... So, die Videos und Stele live, Freunde. Wir sind fast am Ende. Aber wir haben noch ein bisschen... Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand's wirklich schön. Wir haben noch sie getraut. Weil... Ich bin noch ein Schlusswort gesprochen. Wir sind friedlich. Deswegen, wir sagen... Leck mich ab Arsch Corona. Wir feiern, füllen mit Abstand, mit Maske, wie sich das gehört. Dann bleibt alle gesunde Leben, bleiben wir gesund, dass wir noch mal so was schönes zusammen machen können, wenn kein Corona mehr ist. Und das schaffen wir. Ich seh auf euch. So, mal wieder gehen. So, natürlich, wir brauchen zu schnell. Und wenn Sie, Sie, dann hast du noch 30 Sekunden. So, Freunde, wenn's am schönsten ist, sollen wir dann zum Ende kommen. Und ich sage Dankeschön an euch alle. Es war schön mit euch, jetzt kann ich mir kurz mehr annehmen. Bye-bye, euer Rollerie D. So, dann können wir schon noch. Dann hat euch die gute Damen gehabt, als Robby Klämmer sind. Ich bin jetzt wieder. Also, Rollerie sagt Tschüss, bye-bye, wir sehen uns wieder. Das bitte ich doch, die Technik zu mir, die den ganzen Abend so geil gewischt hat. Das war ein großer Dank an die beiden. Also, die, an die Saskia, die, die das so schönes Begleit haben, an der Technik. Ich danke, Riesenrespekt davor. Liebe Leute, das war's von dem legendären Rollerie D. Und im Kunstprojekt Palinzest, wir sehen uns am 9. April in der Burgkirche. Bleibt gesund, feiert schön und schlaft gut. Tschüss. Danke dir, Yvonne, dass er mich gebucht hat dafür. Ich sage danke dir, tschüss. Und zum Schluss muss es sein. Alle haben gesagt, spielst du den Song zum Schluss. Natürlich spiele ich ihn für euch. Ich spiele ihn. Ich kann es nicht machen, das kann ich euch nicht antun. Hier ist es, wie gesagt, wie in den Alten-Rollzonen-Zeiten. Ich kann es nicht machen, das kann ich nicht antun. Und das ist unser letzte Mal. Es ist es.